Bei jedem kleinen Foul, die ganze Bank springt auf, dieser vierte Offizielle wird bearbeitet, auf den Schiedsrichter wird geschrien, immer die ganze Mannschaft läuft zu. Ich glaube, dass fünf Minuten Zeitstrafe auf jeden Fall sinnvoll ist, weil alle solche Sachen, die wirklich auch dich als Mannschaft benachteiligen, glaube ich dazu führen, dass es Besserung eintritt. Und man kann sich auch mal entschuldigen bei einem Schiedsrichter. Kommt das denn nicht vor? Selten. Also, ich habe es noch nie wahrgenommen.